Hallo Leute, ab 21 Uhr wird es heute einen kleinen Special und Mixed Stream geben, mal gucken was wir machen, also auf jeden Fall wenn wir mit Isaac ein bisschen anfangen und wahrscheinlich auch noch uns ein wenig in Minecraft stürzen, aber wir werden einen Special Guest haben. Ich denke mal ich werde mir einfach mal die Gilmore einladen und werde sie mal ein bisschen streamen lassen, ne? Dann kann sie schon mal ausprobieren wie es so gut funktioniert. Also ich hoffe ihr seid dabei und ich habe endlich wieder Internet, yay! Also bis heute Abend, ciao ciao!